Hallo Leute, ich wollte euch nur schnell frohe Festtage wünschen. Eigentlich wollte ich das von zu Hause aus machen, aber irgendwie wird es dann schon fast zu spät und kommt nicht mehr rechtzeitig an. YouTube braucht ja auch immer eine Weile, um die Videos zu verarbeiten. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich etwas Pech hatte. Meine Heimautomation hat irgendwie ein Kommando verzögert und da ist mir das Einfahrtstor zugegangen, während ich am rausfahren war. Ich habe es wohl noch schlimmer gemacht, indem ich vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang umgeschaltet habe und Gas gegeben habe. Ich habe gedacht, ich komme aus dem Bereich raus, bevor das Tor an die Tür schlägt. Aber so hat es mir jetzt fast einen Meter lang das Auto gekratzt. Wenn ich einfach stehen geblieben wäre, wäre wahrscheinlich gar nicht so viel passiert. Aber ja, man hat da jeweils nicht so viel Zeit zu überlegen. Und auch lustig ist, ich habe vor ein paar Tagen einen etwas schnippischen Kommentar gemacht auf Elektrek und der wurde dann gelöscht. Soweit so gut, aber anscheinend hat man mich auch gleich irgendwie geghostet. Also seither reagiert niemand mehr auf meinen Kommentar. Ich habe keine Likes und keine Dislikes mehr und keine Antworten. Also ich denke, ich kann da jetzt schreiben, was ich will und niemand kann es sehen. Auch nett. Naja, so ist das halt. Mal schauen, was ich jetzt mache. Vielleicht lasse ich diese Kommentare einfach sein. Ich ärgere mich sowieso jeden Tag, über was da zusammen gelogen wird, um Tesla gut dastehen zu lassen und andere schlecht zu machen, was noch schlimmer ist. Aber ja. Aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen. Hab frohe Festtage. Falls ich mich vorher nicht mehr melde. Auch ein gutes neues Jahr. Tschüss.